Die Neonatologie macht natürlich auch in den letzten 10, 20 Jahren große Fortschritte und hierdurch kann man natürlich die Lebenserwartung und die Behandlung von frühneugeborenen Kindern deutlich verbessern. Und das ist sicherlich passiert, sodass auch die Anzahl sogar bei den Frühgeburten an ICP-erkrankten Kindern auch in den letzten 10, 20 Jahren teilweise wirklich langsam sinkt. Und es wird auch weiterhin noch viel recherchiert, auch durch andere mögliche Therapien, wie zum Beispiel eine Hypothermie. Also es hat sich gezeigt, dass Kinder, nicht Frühgeborene, aber Kinder, die zum Beispiel einen Sauerstoffmangel haben, wenn sie direkt nach der Geburt sozusagen, wenn die Körpertemperatur deutlich runtergebracht wird, dass das einfach schützend auf die Hirnzellen wirkt und hierdurch auch in dem Sinne vorbeugend gewirkt werden kann. Also das sind Möglichkeiten, wo auch sicherlich noch viel Verbesserungspotenzial da ist. Wenn einmal eine Hirnzelle sozusagen gestorben ist, kann man das sozusagen leider nicht mehr rückwirkend machen, aber gerade weil es sehr kleine Kinder sind mit, wie vorher auch schon gesagt, einem unreifen Hirn, aber daher latent auch ein riesengroßes Potenzial auch zur Bildung von neuen Wegen, neuen Verbindungen zwischen den Nerven, so dass man es einfach vielleicht nochmal besser kompensieren kann oder diese Läsion, die da ist und da bleiben wird, einfach besser umgehen kann und daher auch eine frühe Therapie ganz bedeutsam und wichtig ist.